Hallo, mein Name ist Sabrina Glöckner und ich zeige Ihnen, wie Sie ein Buch finden. Wir beginnen auf der Startseite der Universitätsbibliothek. Um ein Buch zu suchen, geben Sie den Buchtitel in das Suchfeld ein. Alternativ können Sie beispielsweise den Autor, eine ISBN-Nummer oder ein Jahr eingeben. Bei dieser Suche erhalten Sie eine Trefferliste mit zwei Ergebnissen, von denen Sie den ersten genauer betrachten möchten. Die Bibliothek hat dieses Buch in mehreren Ausgaben in Ihrem Bestand. Die verschiedenen Ausgaben sind absteigend nach dem Erscheinungsjahr sortiert. Das heißt, die aktuellste Ausgabe befindet sich ganz oben. Die Bibliothek besitzt die dritte Auflage als gedrucktes Buch und als E-Book. Klicken Sie auf die gewünschte Printausgabe und Sie sehen die Regalstandorte. Das Buch befindet sich unter anderem zweimal auf der zweiten Etage der Zentralbibliothek. Den genauen Regalstandort sehen Sie hier. Der Status des Buches zeigt an, ob das Buch am Standort ist oder wann es wieder verfügbar ist. Melden Sie sich an, wenn Sie sehen möchten, ob ein Exemplar ausleihbar ist oder um ein entliehenes Buch vorzumerken. Um einen Übersichtsplan des Standortes zu erhalten, klicken Sie auf Wo finde ich das? Das Buch befindet sich im gelb markierten Bereich. Wenn Sie mehr wissen möchten, fragen Sie uns oder schauen Sie sich unsere weiteren Tutorials an.